Hey ihr Lieben, ich habe gerade ein wunderschönes Gespräch gehabt mit Rosa aus Belize, also aus unserem Nachbarland, auch mal was ganz Neues, sonst spreche ich ja meistens mit Europa. So ein sehr schönes Gespräch für den Business Mama Kongress, denn Rosa ist auch Mama von vier Kindern und mit ihrem Kongress möchte sie einfach aufzeigen, wie es für Mamas möglich ist, ihre Visionen zu leben, ihr Herzensbusiness in die Welt zu bringen und das mit Kindern. Und genau darüber habe ich mit ihr auch in unserem Gespräch gesprochen. Zum einen, wie meine Kinder mich auf meinen Weg überhaupt geführt haben, mir meinen Weg überhaupt wieder bewusst aufgezeigt haben, unsere Geschichte, wie wir ausgewandert sind, eingeweiht wurden und ja, wie ich dann begonnen habe, wirklich hinauszugehen mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten, welche Herausforderungen es mit sich brachte, wie ich diese gelöst habe und wie ich es immer wieder geschafft habe, mit meinen Kindern diesen Weg zu gehen. Nicht getrennt von meinen Kindern, sondern mit meinen Kindern. Und das ist vielleicht ein sehr ungewöhnlicher Weg, aber ich wünsche mir so sehr, dass Mamas genau das wieder leben können, dass Familien das genau so wieder leben können. Wie wir das auch gerade, das waren so meine letzten Worte in diesem Interview, dass ich noch ein bisschen vom Ältesten-Treffen berichtet habe, dass es für uns einfach so normal ist, dass unsere Kinder immer dabei sind. Und dieses Mal waren nicht nur unsere Kinder dabei, sondern auch von zwei Schülern von uns waren die Kinder dabei. Also es war ein ganzer Haufen von vielen, vielen Kindern, die immer hinüberherum wuselten, am Feuer saßen. Die haben sogar ihre eigene Feuerzeremonie gemacht, während wir unsere Große gemacht haben. Also das war einfach so schön, so ein schönes Miteinander. Und das ist wirkliche Gemeinschaft. Und das ist die Zukunft. Das ist das alte Wissen, dass wir als Mamas unsere Bestimmung nehmen, aber zusammen mit unseren Kindern. Ja, so hoffe ich, dass dieser Kongress, mein Interview und auch vielleicht alle anderen Interviews dich inspirieren können, so kannst du dich gerne hier unter diesem Video anmelden zu diesem wundervollen Kongress.